Willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Spiel Modern Warfare. Im Team Deathmatch gerade. Auf der Rastner Raid. Hey Stellung. Stellung. Schön. Schön. Ja erstmal grüßt euch in die Runde. Arthur ist dabei Happy, Pascal und Stefan. Hab ich jetzt so ne Waffe auf der Hand? Bestellung. Herr Rohwer wird beiseitig die Stellung. Überlegt werden Volk 4. Ich werde schon lang kein Arthur bestätigen mehr. Ahhhhhhhhhh. Mein Arthur wurde grad bestätigt. Ey Leute, Leute, Leute. Nimm doch mal die Verstellung ein. Ich komm nicht mal bis an die Stellung. Position gesichert. Vorholt mich so ein Legastheniker hier. Liegt einer drinnen? Ja. Er stürmt doch nicht. Er stürmt nicht. Er ist jetzt hinten an der Holzhalle. Gehst du hin? Ich hab keine Voli mehr. Scheiße. Wir verlieren die Bord. Konzentriert euch. Noll, da haben sie den nächsten Renator rausgeholt. Geil. Werde genimmt, Junge. Er will nicht sterben. Zehn Sekunden sind noch nicht bereit. Hilfst du den Barsch! Wer steht mit der AK? Ich treffe ihn aber nicht. Aber er mich oder was? Wir haben aber bereit zum Start. Stellung umkämpft. Hab sie. Wir haben die Stellung eingenommen. Okay. Die Stellung wird verlegt. Hier in dem Haus, wo wir drin waren, sitzt einer unten drin. Mann! Machen wir die Tür auf, Hebner? Stellung umkämpft. Ah, ich hab keinen Kanal mehr. Scheiße. Du willst die Stellung in dem? Ja, in dem Haus. Na, das schreit heute, Lena. Wir haben hier das Kommando. Nein? Nein, der schreit heute so schön. Was? Komm durch die Küche rein, einer. Was? Boah, der hat ein Dings angehabt, äh. Schutzweste. Nee. Loaan! Ich komme in die Cam. Ich komme in die Cam. Oh, schulde. Verbritte für Vorräte, unterwegs. Ich komme definitiv in die Cam. So eine Scheiße, Alter. Wir haben die Drohne in der Luft. Der Feind hat die Stellung erobert. Feindliche Drohne über uns. Ach, Leute. Das ist doch nicht wahr. Von hinten kommt einer. Ja, ich bin ganz woanders da. Ja, ich bin ganz woanders da. Ja, ja. Aber von da aus kommt einer. Sieben. Acht. Sechs. Was ist denn das? Der schießt denn in die Füße oder was? Ich habe mich hier in der Küche verlaufen. Von irgendeiner Butze. Hilfe, 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 Hilfe. Ich musste mal sterben. Ich habe Prenne. Ja, es ist nicht wahr, was die Leute hier abziehen gerade ist es nicht nur feierlich. Los. 3er Kill mit der Handgranate. Jeeaah. Geiler Hack. Ach, hingelegt hat er sich. Der Penner. ja er weiß ich habe die hälfte geschaffen bewegung das ist ein redpaar bin unterwegs mit Hier wird es kalt, ey. Vorsicht, Heppner, die sind da unten im Haus. Kommt einer. Kommt noch einer. Kommt noch einer. Treppe hoch jetzt. Heppner. Das ist doch nicht wahr. Hier gibt es ein Brezel ohne Ende. Leute, 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 Leute. Stellung ist sicher. Feindliche, persönliche Radar-Drohne über uns. Sie verfolgt jemandem. Feindliche Drohne über uns. Mach euch bereit. Hindern. Warum split das einfach vergurte Sport? drei zwei leute drin er kommt um die ecke ich liegt dann nur oder sieht es direkt er hat augen gottes alter miss geburt leute das ist doch nicht normal mit der schotze das ist dann auch warum aktiviert dann ständig hier das scheiß stimmen hat er ist geil wir uns getötet hat er hat magazin von mir schon gekriegt von dem hinter mir und das ist leute 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 ich nicht so nie meine fernschüsse das ist ein fahrzeugwerfer hey jakob geh da weg da Ja. Noch einer. Liegt da auf dem Boden. Er stirbt doch nicht. So, einer stellt sich mit dem Schild dahin, ja, und der andere, der macht, äh... Alter, was haben die für Waffen, bitte? Das ist ja völlig unnormal. Hm? Zwei. Eins. Das haben sie geschafft. Boah, ja, ich spreng mich selber. So. Nächste Stellung, na los. Noch eine Minute. Warte. Eins. Klammer. Bin drin. Klicke. Einen Fernschluss noch, ein Fernschluss noch. Das ist nicht wahr! Er flisst ein ganzes Magazin und drückt sich dann rum und drückt mir ins Headdy oder was? Ja, er weiß, dass ich da hinten liege. Ja. Das ist verlor. Ja, das kann man erzählen, wer will, also es ist nicht normal, was die hier abfeuern. Okay, der wird verleckt. Komm. Drei Kilometer weit wechselst der da mit nem Scheiß Schild. Da fängt uns an ab. Ja, die haben verloren. Er ist jetzt da und weiß genau, dass ich jetzt um die Ecke komme. Das ist so faszinierend. Guck dir das an. Ich war den Lastkeele, obwohl ich komme ja eh in die Creme. Wegen meinem Wurf, als er mich geholt worden bin. Meinst du? Ja, safe. Pass auf. Ah, guck. Er wusste direkt, da hat er schon angeschobt und alles. 24,16. Oh, sehr schön. 24,16. So, meine Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Und das war's für heute. Like, Abo, Kommentar wie immer nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.